Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Life is Strange. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Das freut mich sehr. Kate ist gerade abgehauen. Sie hatte gerade ein Gespräch mit Mr. Jefferson. Und ich würde ihn auch immer ansprechen. Ich hab dich doch angesprochen. Hä? Seltsamer Typ. Aber du kennst das. Also was kann ich für dich jetzt machen? Just zwischen dir und mir? Ich bin über Kate und Marsch. Das ist kein Geheimnis. Wird auf der Straße ist, dass du und Kate hatten eine kleine Konfrontation mit unserem Sicherheitsgericht gestern. Ich bin in zwischen David Madsen, schweigend auf Kate über etwas zu sprechen. Sie nicht das verdient. Natürlich nicht. Mr. Madsen ist nicht die größte Schmerz. Also, do you have proof he instigated the situation? Meine Worte ist nicht gut genug. Aber eine Zeit, ich wähle nicht eine Bildung. Immer take den Schmerz. Meine Nummer-one-Rule der Fotografie. Und Max? Ich versuche, dass diese Sache vorhanden wird durch die Fachkräfte. Ich glaube, dass du über dieses Video verholt hast. Kate ist erschreckt. Sie können nicht alles machen, während sie zu einem Tag verholt hat. Was ist wenn Kate das selbst gebracht hat? Sie bedeutet gut, aber vielleicht nicht zu viel Proteste. Sie sieht, dass sie zurückgehalten. Wenn du sie mit ihr sprachst? Ja, habe ich mit ihr auf dem Telefon heute gesprochen. Sie braucht Freunde und Unterstützung jetzt. Ich möchte nur Kate Marsh werden die nächste Rachel Amber. Rachel Amber? Und was hat sie mit Kate zu tun? Mit all ihren Poster-Persons-Persons rum, ist es schwer nicht zu denken von ihr. Ich liebe Rachel auch. Aber denken Sie an dich, Max. Ja, das sind wir auch. Ja, ich habe es ihm erzählt, weil ich finde, sowas sollte nicht geheim gehalten werden, dass hier jemand gemobbt wird. Auch von diesem David. Ich weiß ja nicht genau, warum er diese Fotos macht und so weiter und so fort. Aber ich finde das alles mysteriös. Ich schaue mich hier mal um. Okay. Ich versuche mal mit irgendjemandem zu sprechen. Okay. Alle sind hier ganz verrückt nach Dana. Liegt vielleicht auch daran, dass sie sehr hübsch aussieht. Ich mache mal ein Foto von ihr. Von hinten? Ach so, wie sie rausguckt. Überhaupt nicht auffällig. Max, das war überhaupt nicht auffällig. Sie meditiert, alles klar. Wer ist da denn? Die zwei nervigsten Leute in diesem Game sitzen auf meinem Tisch. An diesem Fall würde ich den Tisch umwerfen. Max und... Better be quiet, Victoria. We have a master snitch and liar here. Did you think we were best friends forever or something? Ich möchte gar nicht deine beste Freundin sein. Max is such an attention whore. You would know. Can I sit down now? Oh, please do. Take a selfie at this moment. Yeah, Max. So I won't forget you. Ah, der ist so behindert. Oh, der ist Kate. Ich finde es auch seltsam. Ich weiß auch nicht warum. Kann ich irgendwas machen? Hallo? Bäh. Da kommt Varen. Die liebt mich alle. Wie cool. Oh, wenn ich den Typen schon sehe. Kann man einen Bleistift werfen? Ich glaube, jeder hat Kate Marsh gesehen. Ich glaube, jeder hat Kate Marsh gesehen. Ich glaube, jeder hat Kate Marsh gesehen. Sie hat nicht so viel Gefühl. Sie fühlt sich so. Sie fühlt sich so, dass ein Video viral ist. Vielleicht ist es ein Student? Oder ein Freund? Ich frage mich, wie es fühlt sich zu haben. Sie sind falsche Bilder von dir selbst von der Welt ausgesucht. Man. Ich lese das jetzt trotzdem. Ach, Mann. Wo ist sie denn? Chloe war das, ne? Ach, die mit ihrer Knarre. Ich will mal irgendwas gucken. Was wollte ich denn jetzt gucken? Wo finde ich das denn? Ach, genau. Das sind die Charaktere. Oh, meine Pflanze. Stimmt. Oh. Okay. Das macht mir auch echt so. Das macht mir auch echt so. Ich kann hier irgendwas machen. Okay. Oh ja, wie sie alle hören. Alle lieben dich. Alle lieben dich, ne? So war das doch eben. Was ist denn da los? Ich halte direkt durch. Oh mein Gott. Ich befürchte Schlimmes. Geh da hin. Geh da. Oh, mein Gott. Oh, oh. Aber Selbstmord ist doch keine, keine Lösung. Mein Gott. Schwul zurück. Oh nein. Nicht jetzt. Nicht jetzt. Oh, sie kriegt schon wieder Nasenblut. Ich dreh durch. Was soll ich denn machen? Kate soll nicht springen. Okay. Ich kann nicht. Das ist so eine Zeitlupe. Mein Gott, kann ich sie denn... Komme ich da hoch? Mein Gott, die Arme. Ja, das kann echt... Dazu kann Mobbing echt führen. Das ist... Das ist echt krass. Und viele nehmen das gar nicht so ernst. Die denken, ach ja, ich mache mich über den lustig. Und dann ist mir auch egal, was aus dem wird. Und was weiß ich. Komm, geh aufs Dach. Ich hoffe, ich kann sie retten. Ich hoffe. Oh Gott, wie sehen wir denn aus? Ich muss es alleine schaffen. Okay. 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 I'm right here. Kate. Please. Oh Max. I know you want to help me. I love that you stepped up to David, but it doesn't matter now. Nothing matters. You matter. And not just to me. I do want to believe that. Kate. Your life is still yours. And we can get through this together. Let me help. I'm glad to hear you worry about me. That makes me feel better. That makes me feel better. Of course I worry. You're my friend, Kate. I did feel better talking to you on the phone. I always feel like you really listen. Kate, please trust me. Come stand by me, okay? I can help you now. I know I can. This morning I erased the web link to the video. It was written on the shower room mirror. Are you serious? Thank you so much. The fact that you don't care about that video and would come up here to stop me means a lot. Oh Gott, ich weiß gar nicht, was ich antworten soll. Ich will nicht, dass sie springt. Ich habe nur einen Versuch anscheinend. Ich weiß es nicht. Sie soll nicht springen. Ich muss das machen. Max, ich bin in einem Nachtmärz und ich kann mich nicht wundern. Unless ich mich zu schlafen. Dann alle in Blackwell posten von meinem Körper. Ich bin schon auf der Internet. Keine Wunderschöne, dass sie es eine Web gibt. Nichts kann ich überhaupt nicht rauskommen. Wie meine Videos. Ich wünsche mir ich zurück in Zeit und erasen alles. Das ist ein Blitz. Ich springe. Oh Gott. Ja, der Vater zum Beispiel. Oh Gott. Stimmt, sie hatte da Sprüche. War das Matthäus? Ja gut, Selbstmord ist eine Sünde, blablabla. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich glaube, der stand da irgendwo. Ich will euch erquicken. Oh, komm da runter mit, bitte. Komm da bitte runter. Bitte. Oh. Oh, wir haben sie gerettet. Scheiße. Oh ho 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 Er ist nicht begeistert. Aber Kate hat dich in der Klasse unterstützt, also sollte man wissen, dass etwas amir ist. Herr Prescott, seit du für die Vortex-Klub-Partys und seit Frau Marsch gewonnen hat, musst du mehr Fragen stellen. Frau Koffi, warum genau du mit Kate Marsch bist? Sie weinte wegen Jefferson. David hat sie gemobbt. Nathan gab ihr K.O.-Tropfen. Ach du Chanel, muss ich mich entscheiden hier. Also ich schließe schon mal, sie weinte wegen Jefferson aus, weil sie weinte wahrscheinlich nicht wegen Jefferson, sondern sie hat ihm wahrscheinlich irgendwas erzählt und bla 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 und er konnte ihr wahrscheinlich nicht helfen. Also das schließe ich aus. Er hat ja eigentlich nichts gemacht in dem Sinne. Jetzt kann ich die beiden da anprangern, sag ich mal. Ach, David hat sie gemobbt. Mit David bin ich mir gar nicht so sicher, ob das alles so böse gemeint ist. Ich... Darum würde ich das eigentlich auch ausschließen wollen. Ich würde, glaube ich, Nathan, das ist so ein Idiot, nochmal anprangern hier. Ja. Ja, komm. Ach, so'n Arsch. Sie sind ein Idiot. Du bist ein Idiot. Du hast gesagt, Kate, du sie in der Umgebung gebracht hast. Ich sagte, ich werde sie in der Umgebung gebracht. Sie hat sich in der Umgebung gebracht. Bullshit. Sie hat etwas passiert mit ihr und du sie kennst. Wie geht es nicht darüber, dass wir uns über dich schütteln in der Mädchen? Hey, das ist total blöde. Ich kann dich und diese Schule so schnell. Ich habe bereits einen persönlichen Anwalt. Ja, dann sehen wir uns vor Gericht. Ein Freund und Student haben nur versucht, sich zu töten. Sie brauchen nicht dieses Forum. Ja, ich bin jetzt ziemlich verletzt. Ich würde gerne mit meiner Familie sein. Okay, Frau Confield, bitte schreibe hier, um zu confirmieren, was du uns gesagt hast. Ich werde diese Anwalt von dort weitergehen. Mein Kopf tut mir. Aber ich denke, dass ich meine Kraft wieder benutze. Hallo? Achso, ich muss das gar nicht anklicken. Also, ich unterschreibe jetzt, dass ich gesagt habe, das nächste K.O.-Tropfen. Ich bleibe dabei, weil die anderen beiden, ihn brauche ich da nicht beschuldigen, weil er hat ja nichts gemacht. Naja, und ihn, also David, da bin ich mir gar nicht so sicher, ob das wirklich Mobben ist oder was anderes. Ich unterschreibe. Ich verstehe. Ich weiß, wir wissen weniger jetzt, als wenn wir angefangen sind. Wir helfen uns, die polizei mit weiteren Inquieren. Ich weiß, dass es ein sehr schwerer Tag ist. Ich wünsche mir das, zu ändern, für besser. Also, danke für dich kommen. Schüss, Nathan. Oh, ich mag den nicht. Ganz schön windig. Ja, ich weiß, dass ich sie aufhörte, dass ich sie aufhörte. Max, das war die größte Sache, die ich nie gesehen habe. Ever. Du kamst, sie kamst, sie kamst, sie kamst, sie kamst, sie kamst, wie ein Superhero. A Quai. Look at me, I'm a mess. You're glowing. Seriously, a human halo. I'm pretty sure you earned your wings today. I'm so worried about Kate. She did try to kill herself. All over a video. Viral is the right word. Like a disease. So you watched it. Just one? One and a half times? Warren, Freund, ich will nicht sein, aber es gibt etwas Ominösses, was bei Blackwell passiert. Heute provee ich das. Und ich arbeite mit dem Proven, dass Kate Marsh ist mit Rachel Amber verbunden. Auf jeden Fall. Mit Nathan und Mr. Madsen. Ich bin kein großer Conspiracy, aber ich würde es nicht glauben. Nathan hat mich gestorben, und Madsen ist ein dickheader. Also, was hast du wirklich passiert? Ja, das Wetter, das spielt richtig verrückt. Bis bald. I'll have to see you right now. I don't have to see you right now. Untertitelung des ZDF, 2020 Digging like you can't bury Something that cannot die We could wash dirt off our hands now Keep it from living underground Eeeh, Nathan Digging like you can tell our home and love I don't have to see you right now 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 Ja, wie es aussieht Ist die Episode 2 hiermit auch beendet Wem gehören diese Unterlagen? Diese Ordner? Das war bei der letzten Episode 1 Als das zu Ende war, die Episode Auch so Ja Es ist sehr viel passiert Ich bin froh, dass ich Kate gerettet habe Dass sie sich nicht selber umgebracht hat Und ich bin echt gespannt Wem diese ganzen Ordner gehören Weil da ist ein Ordner über Rachel Die natürlich vermisst wird Und jetzt auch noch so ein Ordner über Kate Ich weiß es nicht Vielleicht erfahren wir in der nächsten Episode mehr darüber Ich glaube, das kann ich hier wegmachen, ne? Genau, hier haben wir nochmal so eine Statistik Du hast Kate gesagt, sie soll zur Polizei gehen Genau, ich wollte ihr beistehen Weil sie hat sich damit besser gefühlt So, eigentlich bin ich auch dafür gewesen Dass sie erstmal auf Beweise wartet Aber, so wie die Mehrheit hier Aber, ja Ich wollte einfach, dass sie ein gutes Gefühl hat Und dass sie merkt, dass ich ihr beistehe Genau, ich habe Kates Anruf entgegengenommen Weil ich auch da einfach für sie da sein wollte Die Mehrheit hat das auch getan Finde ich sehr schön zu sehen Du hast nicht versucht, Franks zu erschießen Weil ich persönlich finde, es passt einfach nicht zu Max Und ich glaube, wenn wir die Waffe behalten Handeln wir uns noch mehr Ärger ein Ich bin mir nicht sicher Aber so vom Gefühl her Ich habe einfach auch mein Gefühl gehört Ja, ich habe Kate das Leben gerettet Darüber bin ich auch echt froh Und Nathan wurde von der Mehrheit auch beschuldigt Finde ich auch richtig so Weil es ist einfach ein Arsch Wenn ich das mal so sagen darf Ähm Oha Aber ich sehe gerade Mehr haben Mr. Jefferson beschuldigt als David Warum? Warum beschuldigt man Mr. Jefferson? Was? Weiß ich nicht Ich glaube nicht, dass der was damit zu tun hat Also ich kenne das Spiel nicht Aber so vom Gefühl jetzt her So nach dem, was man auch so erfahren hat Ja, ich bin gespannt, wie es in der Episode 3 weitergeht Ich glaube, es gibt hier auch wieder so eine Vorschau Ich klicke einfach mal weiter Das sah jetzt aber eher Nun, das sah ja sehr spannend aus, ne? Äh Das sah eher nach einem Einbruch aus Also so, wenn man die Bilder gerade anguckt Bin ich mal gespannt, was da alles so passieren wird Chaos Theorie Episode 3 Also, wir sehen uns in der Episode 3 wieder Äh Wenn euch dieser Part gefallen hat Dann lasst mir einen Kommentar oder ein Like da Oder wenn ihr auch mögt ein Abo Ich würde mich sehr freuen Ja Also ich sage tschau Bis zur nächsten Episode Eure Inori Tschau